Liam, schnell hol mich ab, bitte! Hol mich ab, du F***er-Sohn, schnell! Ich hab auch einen Hurt, ich kann dich auch abholen. Ja, zu spät, mein Taxi-Dispatch angenommen, das hab ich eh schon bezahlt. Ja, anscheinend, ich hab grad mit Amelie geschrieben, da gibt's nen Zickenkrieg am PD. Ja, ja, komm da auch hin. Liam, komm da auch hin. Sie haben eine sehr erotische Stimme, Sir. Wo finden Sie? Wäre das okay für Sie, wenn ich mich runterhole währenddessen, Sie eine Geschichte erzählen? Das können Sie gerne machen, das hab ich schon öfters erlebt. Dann erzählen Sie mal, was haben Sie denn heute so gemacht? Also, heute, hm, heute war ich unterwegs, war im Gym. Essen gegangen. Gott, Alter. Sehr gut, sehr gut, okay. Ja, also Taxi, dann geben Sie auf jeden Fall 10 Dollar extra. Boah, da ist Amelie. Was ist denn mit dem Haar? Oh mein Gott, yes. Boah, Amelie, also ich muss wirklich sagen, dein Outfit ist echt toll. Ein wunderschönes weiße Top, wirklich sehr, sehr kreativ. Eine wunderschöne Hose, die hab ich noch gar nicht gesehen. Und die Schuhe, die waren ja schon immer toll. Ich hatte die Hose noch nie an. Ja, die ist wirklich toll. Nice. Amelie, was ging bei dir, Amelie? Hin und her fahren, Auto lackieren, das war's. Hast du umlackiert? Welche Farbe? Lass mich raten. Ich sag, ich sag Goldbraun. Creme Beige. Das ist, ja gut, komm. Creme Beige, das ist Goldbraun. Ja, das stimmt. Wir fahren, die haben dein Auto beleidigt, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Ey, was ist das? Wir haben nicht dein Auto beleidigt, wir haben nur den Lack beleidigt. Ne, du hast Schlüssel, fahr du, schnell, fahr du. Oh mein Gott. Scheiße! Mann, na. Scheiße, ja gut, komm dann. Ruf Taxi, ruf Taxi dem, komm. Sorry, jetzt hab ich gar keinen Bock mehr das Auto so zu lassen. Ja, blöden Witter. Ja, aber es sieht echt scheiße aus, seien wir nicht böse, aber... Ja, wie deine Fresse, so. Ey, also haben wir wieder... Oh, das war nicht gut geparkt. Egal, das ist super gerne. Also wirklich scheiße geparkt. Guck mal, wenn ihr... Leute, Leute, wenn ihr alle mit mir shoppen geht, dann seht ihr aus wie ein Top-Moto. Und, okay, los, wir gehen shoppen. Mann, wie fährst du? Ey, guck mal, es ist... Beide Türen ab, ey, das ist... Deswegen würde ich meiner Frau kein Auto kaufen. Ich hoffe, du trittst heute auf einen scheiß Legostein, so einen Spitzen. Also, Amelie, ich sag dir jetzt wie heute... Du gehst hier heute als 11 von 10 raus. Mhm. Geh mal auf Masken. Guck dir das an, wie soll man denn hier rumlaufen? Ja, das ist wirklich nichts. Also der Klamotten... Ja, okay. Es gibt nur das, das ist das Einzige, was es noch gibt. Warte mal, mehr Sachen hast du nicht. Mehr gibt's nicht, siehst du? Und da willst du mir jeden Tag sagen, ich bin hässlich, das bricht mich. Ja. Warte, soll ich euch mal meine Lieblingshose zeigen? Okay, aber nur, eigentlich, ich will's nur Kevin zeigen. Ja, ich guck weg. Geh weg, Liam. Guck mal, von hinten. Ich dring mich weg. Zeig doch mal. Ja, du hast schon einen guten Arsch, oder? Du hast ein Foto gemacht. Äh, ich kann ihn nicht schlagen, kannst du ihn bitte schlagen? Er muss liegen, er muss liegen. Amelie, ich habe zwei Selfies gemacht, ich hab sie dir beide geschickt. 3.000. Ich lösche die Bilder jetzt, ich lösche die Bilder jetzt. Also ich bin, also ich bin ja auch sehr sauer auf ihn, weil das ist meine Freundin, also ich bin auch sauer. 3.000 Dollar. Ich bin auch sauer, ich bin auch sehr sauer. Er zwei, ich drei. Nein, was, was machen wir jetzt? Komm, wir fahren, wir zeigen ihn an eigentlich wegen Belästigung. Wir fahren zum LSPD, genau. Polizei, Hilfe, ich werde ihr entführt, Hilfe. Wir fahren zum LSPD, gut. Guck mal, Kevin, nein, nein, warte, okay, dreh um. Ich sage dir jetzt folgendes. Wenn du mir 1.500 gibst. Ja, okay. Ach, 2.000. Dann ist das für immer gegessen. Dann ist das gegessen. Wenn du wieder ein Selfie machst. Aber ich darf eine Klausel, ich darf die Bilder nur für privat benutzen. Ja. Boah, Amelie, endlich geben wir unserem Traumbusiness nach, wie wir es am Anfang geplant haben. Weißt du noch? Ja, das ist widerlich. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Liam, du bist übrigens mein bester Freund. Ach so. Ja, du bist mein einziger Freund. Nee, das ist auch noch mein Freund. Brauchst du jemanden, der dich fährt? Hallo, Sir, wir machen gerade einen Test. Einen Test, ja. Der Test ist, ob Männer kitzelig sind. Können Sie einmal die Arme hochheben und ich darf sie kitzeln? Passen Sie auf, diese Frau ist Taschenliebin. Sir? Sie sind ja gar nicht kitzelig. Haben Sie ein Handy? Nein. Sie haben ja gar nichts. Nein, ich bin gerade im Krankenhaus aufgewacht. Gut. Nein. Kommt, was er sagt. Natürlich dürfen Sie mich kitzeln. Das machen wir jetzt. Das ziehen wir jetzt durch. Das ist schlau. Aber als Frau ist das wirklich schlau. Als Mann wird das nicht funktionieren. Doch, probier doch mal. Frag mal bitte, Mann, ob du ihn kitzeln darfst. Ja, okay. Das klappt nie. Ey, das ist ja auch... Aber es wird nicht funktionieren. Man denkt ja direkt an Austrauben. Bei Frauen denkt man so, oh, die will mit mir flirten. Vielleicht geht da was. Ja. Ja. Okay, guck mal. Amli hat es geschafft. Jetzt gucken wir bei Liam, dann bei mir und gucken, wer verkackt. Hallo, hallo, der VW. Können Sie kurz rechts reinfahren? Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Es ist ein soziales Experiment. Keine Frage. Es ist ein Experiment. Ein Experiment. Vertrau doch mal. Wir haben nicht meine Masken auf. Nein, es ist wirklich nur ein Experiment. Wir haben gesagt, wir nehmen den Erstbesten. Okay, komm her. Erste Frage. Stehst du auf Frauen oder auf Männer? Ich steh auf Frauen. Sehr gut. Dritte Frage. Bist du kitzelig? Ja, ein bisschen. Gut. Das werden wir überprüfen. Mach einmal bitte die Hände hoch und dann werde ich gucken. Wir wollen kein Geld. Wir sind bereit. Ja. Du hast den Test bestanden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Der Taxifahrer. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Ein wunderschönes Abend, der Taxifahrer. So, sind Sie kitzelig? Mh. Wollen Sie sich lieber von einer Frau oder einem Mann kitzeln lassen? Mh, von der Frau. Dann können wir... Es ist Glückstag. Amli, da musst du den Test machen. Super. Ja, scheiße. Wie gesagt, ich muss jetzt zum neuen Dispatch gehen. Das ist... Natürlich. Schade. Sie sind ja ein Spielverderber. Leben, hast du Messer dabei? Hast du Messer dabei? Ja, natürlich. Ich hab auch keine dabei, oder? Wir, Attacke. Egal. Ohne Maske. Scheiß drauf. Let's go. Attacke. Attacke sofort. Ganz ruhig. Flossen hoch. 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 Warte, lass unser Outfit anziehen dir. Unser Outfit. Unser Outfit. Müsst du die Maske anziehen? Ja. Ja, das wär schon besser. Ja, guck mal. Es ist doch offen. Es ist echt... Es ist nicht gut. Nee, das ist... Ja, das... Überleg mal an, du wirst jetzt festgenommen und wir wollen dich retten. Ja. Und dann können wir nicht ins Auto. Ja, ja. Würdet ihr mich retten? Ja, ja, würde ich. Oh, hi. So. Steck mal ein. Wir haben ein kleines Spielchen mit dir vorbereitet. Ah, ein Mutiger. Sehr schön. Jetzt mach die Karre auf. Werde ich jetzt entführt, oder was? Quatsch. Nein, was für entführt, Mann? Du wirst gekitzelt gleich. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Steely. Mein Name ist Al. Okay, motherfuckers. Steck aus, Mann. Wir gucken jetzt schön nach, ob du kitzelig bist. Gut. Oh, und? Hat das gekitzelt? Nee. Hast du ein Auto? Ja. Denkst du, du schaffst es, dich so anzuziehen wie wir? Ja. Ich denke, du bist der Auserwählte. Also Virgin G, wir fahren dich jetzt zum Klamottenladen, du ziehst dich um, holst ein Auto und dann treffen wir uns am Park. Hallo, der schwarze Wollehudi. Ja. Ah, geht doch. Sehr gut, er ist der Auserwählte. Steige ein. Oh, hi. Ey, bist du kitzelig? Nein. Schade. Jeder Mensch ist kitzelig. Ey, oh Billy, bist du das oder was? Sag mal, kannst du kein Auto fahren oder was? Lassen Sie mich, Sir, Sie belästigen mich sexuell! Lassen Sie mich! Der will uns wirklich. Ja, kein Wunder, ey. Scheiße, wir rauchen, wir qualmen. Ey, was ist denn los hier? Der Wagen ist kaputt. Versteck dich. Steck ein, steck ein, steck ein, steck ein. Wie heißt du, der Kitzelige? Du bist der Auserwählte, wie heißt er? Alex. Gib dir ein Street Name. Du brauchst ein Street Name. Oh Mann, hier waren wir ja echt noch nie. Hier ist es aber schön. Ja. Hier sollten wir öfters hin. Wie heißen wir so als... Sind wir die Kitzel? Die Kitzel, wir sind nicht so Street-mäßig. Wie sind die Klitters? Die Klitters. So ein scheiß Name, wow. Das ist so ein guter Name. Die Klitters auf Mission. Ja. Gut. Ich hab mein Hartz IV bekommen. Ich bin weg. Das war's. Ich hab keine Sekunde länger. Wie? Ich hab was mega wichtiges zu tun. R, wieso ist sie sauer? Ich hör bei... Ich hör bei Tits so einen gewissen Unterton raus. Mach den Motor raus. Amelie. Hallo, wieso... Warum bist du sauer, Amelie? Ich bin nicht sauer. Du bist voll sauer. Oh Gott. Das ist nur Freundschaft zwischen dir und mir. Ich weiß, das ist doch auch gut. Wirklich jetzt? Sie hat mir geholfen, dich zu klären. Aber ich seh dich. Ist das nicht Lia? Warum siehst du so männlich aus? Ach du Scheiß. Du siehst aus wie... Oh Gott. Ja, dann zieh die Schuhe bitte aus. Einmal die Schuhe machen lassen. Ah. Oh, Lia. Du wirst du warte, mein Handy bimmelt. Ich bin bereit, Lia. Erzähl mir. Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Ich möchte alles wissen. Also erstmal wurde hier ein Polizist erschossen. Dann wurde Vanilla gekidnappt. Dann hab ich ein bisschen Quatsch gemacht. Dann haben wir die Cops abgefuckt. Dann sind wir im PD eingebrochen. Ich weiß das übrigens echt zu schätzen, dass du mir zu Liby diesen Walk ins Hotel machst. Und wie war dein Tag? Ja, mein Tag war wie immer. Wie immer, Lia. So, guck mal. Ich leg's sogar für dich auf bei meinen Freunden. Guck mal. Und das ist doch das Einzige, was ich möchte, Lia. Ich will auch gar keine Beziehung mit dir. Aber du musst doch aufhören, so frech zu sein. Wie? Zu frech? Zu wem? Du musst manchmal ein bisschen frech zu mir. Was sag ich denn? Sag mir ein Beispiel, wo ich frech gewesen bin. Ja, Lia, du siehst hässlich aus. Hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, Lia, dein Ausbild ist heute nicht so schön wie sonst. Ja. Und du hast dann daraus gemacht, du siehst hässlich aus. Alles klar, Lia. Dann sehen wir uns morgen nochmal und danach sehen wir uns für lange Zeit erstmal nicht. Okay, machen wir so. Vermiss dich jetzt schon. Lass Handschlag machen. Ja. Schlaf gut, Lia. Meine allerbeste Freundin für immer und ewig im Kommen. Ja, gut in das. Wenn das Lia ist und mir sagt, zieh das Outfit aus, dann krieg ich einen Herzinfarkt. Zieh das Outfit aus, Kevin. Hast du gerade mit Lia den Gang gemacht? Ja. Ich mach gerade mit Liam den Gang. Ich finde das richtig schön, dass du mit meinem besten Freund Liam den Gang machst. Sei dir gegönnt. Ich finde es auch toll, dass du mit Lia den Gang machst meiner besten Freundin. Ich hätte auch mit dir den Gang gemacht. Wollen wir nicht zu viert den Gang machen? Auf gar keinen Fall. Schlaf schon, Amelie. Schlaf schon, Amelie. Ich denk an dich. Ich werd mir die Fotos angucken. Ich hab meinen Unterholen. Hey, da gib mir eine Chance. Sag mir, warum muss das sein? Warum muss das sein? Du wolltest schon meinen Gains. Leide bitte in meine D1 rein.